Musik Hey ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Hier im Hintergrund seht ihr schon den Adventskalender, denn darum wird es jetzt in den nächsten Wochen gehen. Es wird nur Adventskalender Videos geben, soweit ich weiß. Es ist eigentlich für eine Zeit noch weitere zu machen, aber das mache ich dann ganz im Zufall abhängig. Es wird jeden Tag ein Video kommen und zwar jeden Tag um 18 Uhr. Da lade ich sie hoch und da könnt ihr euch schon freuen. Ich werde Gewinnspiele verstecken, heißt ihr solltet jeden Tag eigentlich schauen, damit ihr die Gewinnspiele entdeckt. Dann wollte ich noch was dazu sagen. Ich habe das Ganze gelost. Also es ist purer Zufall, wie die angeordnet sind. Ich habe alles selbst gekauft und alles selbst zusammengestellt. Deshalb gibt es die noch nirgendwo zu kaufen. Ich habe die ganzen Produkte über das Jahr gekauft und teilweise gebraucht oder neu, je nachdem. Oder habe sie selbst verwendet. Habe sie aber natürlich gesäubert. Dann wollte ich noch sagen, bleibt unbedingt bis zum Ende dran, denn da gibt es immer das nächste Türchen, wo ihr dann raten könnt, was es sein könnte. Also ich zeige es euch natürlich eingepackt noch. Und am nächsten Tag gibt es dann die Auflüsse. Und dann würde ich mich noch selber einen Daumen nach oben freuen und bleibt einfach dran. Fast hätte ich es vergessen, schaut unbedingt auf Instagram bei mir vorbei. Dort mache ich nämlich einen zweiten Adventskalender auf, den ich für mich persönlich gekauft habe. Und da wird es jeden Tag in den Stories ein Video geben oder vielleicht poste ich es auch manchmal direkt in Instagram. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Mein Account ist auch unten in der Infobox verlinkt. Willkommen zu Türchen Nummer 10. Wow, seht ihr wie Licht das hier hinten wird? Also es wird echt mega wenig. Dabei habe ich noch nicht mal die Hälfte. Voll traurig. Naja, jedenfalls ist hier die 10. Und die werde ich jetzt mal auspacken. Und es ist noch mal eine Lounge. Und zwar diesmal in schwarz. Schwarz mit einem silbernen Karabinerhaken. Glaube ich ist das zumindest. Und ja, sie ist schwarz. Und ich wollte halt einfach zwei Loungeen haben. Ganz einfach, dann kann man mit zwei Loungeen Doppel-Loungeen machen. Und ja, ich finde die schwarz eigentlich auch echt total schick. Mit der Cut-Off. Die hat am Ende eine Schlaufe. Die kann ich euch jetzt aber leider irgendwie nicht zeigen, weil sie verknotet ist. Und ja, ich finde das einfach mega schön. Und die habe ich gebraucht gekauft. Aber ich glaube, die ist gar nicht so gebraucht. Okay, und hier ist jetzt Türchen Nummer 11 für euch. Ähm, vielleicht erratet ihr jetzt schon im Hintergedanken zu den letzten Türchen, was es ist. Vielleicht wäre da mal ganz interessant. Vielleicht wollt ihr die Farbe raten oder so. Oder schreibt unbedingt mal unten in die Kommentare, was ihr denkt, was für eine Farbe uns denn stehen würde. Oder zu welchem Pferd welche Farbe passen würde. Weil ich bin mir immer so unsicher, welche Farben ich da nehmen soll. Auch bei HFD und so. Und das wäre immer mega cool. Abschließend würde ich mich natürlich noch riesig über einen Daumen nach oben oder über ein Abo freuen. Das ist natürlich kostenlos. Ihr findet alles unten in der Infobox, alle Links. Und dann würde ich sagen, bis morgen. Tschüss!